Ja, werde ich der Frau Sacha ausrichten. Danke. Wiederhören. Was gibt's denn, Maier? Ich soll Ihnen ausrichten, gnädige Frau, dass die Geschichte des Hotels Sacha in 100 Jahren im Fernsehen laufen wird. Wo? Fernsehen. Was ist das, Maier? Gnädige Frau, das entzieht sich meiner Kindnis. Gut. Dann machen Sie weiter. Gut.